Guten Abend liebe Leute, heute war eigentlich nichts zu hören von mir und das wird auch das einzige hier bleiben und es wird auch nicht lang sein, denn ich habe heute länger Uni-Arbeit gemacht, weil noch was fertig werden musste, was morgen raus muss, das heißt, da muss die Kollegin noch drüber gucken und dann muss es morgen fertig werden, das heißt, da habe ich heute länger gearbeitet, habe dann Bewerbung geschrieben, deswegen habe ich damit auch nicht mehr gestreamt und ja, dann sagen wir mal so, habe ich überlegt, heute Abend zu streamen und dann habe ich so viel gegessen, dass ich mir dachte, puh, jetzt kann ich kein Starcraft mehr spielen und dann habe ich das einfach gelacht. Dementsprechend sehr, sehr fauler Tag heute, also was Streaming angeht und ich hoffe, das wird morgen anders, morgen vielleicht ein bisschen weniger essen und dafür vielleicht eine Runde Starcraft spielen, ist der Plan, auf jeden Fall wird morgen arbeitstechnisch wahrscheinlich ein bisschen entspannter, Bewerbung ist fertig, das heißt, die kann raus und wird morgen keine Arbeit mehr erfassen und so, das ist gut, dann kann ich morgen streamen, Samstag, wie gesagt, Handball, Sonntag 19 Uhr, Playoffs, ansonsten habe ich auch noch keine Pläne für die nächsten Tage, ich muss auf jeden Fall nochmal durchgucken, ich habe ja jetzt schon mal so teaminterne Showmatches gemacht, aber der Plan war ja auch noch, dass ich in der, wie soll ich sagen, Offseason, noch so ein paar andere Showmatches, dafür habe ich ja die Verfügbarkeit so ein bisschen abgefragt, um zu gucken, ob da gute Matches bei sind zum Beispiel und dementsprechend werde ich da nochmal gucken, das nächste Woche vielleicht, ich weiß nicht an welchem Tag, je nachdem wie es dann in den Timings da passt, vielleicht gibt es da ein, zwei, drei Showmatches hier oder da und da werde ich wahrscheinlich in der Woche an den Leute anschreiben, so ist der Plan und jetzt ist der Plan, ich hau mich gleich ins Bett und ruhe mich aus, damit ich morgen fit bin, das ist ein guter Plan, glaube ich. Also, ich wünsche dir einen schönen Abend, gute Nacht Jermann, kommt gut in den Freitag, ich hoffe ihr habt ein Wochenende und dann ist gut und ja, haut rein.